Das stimmt wohl wahr. Das stimmt wohl wahr. Ach, wir haben sogar KI als Leute dabei. Das ist ja langweilig. Wir sind ja auch als Team unterwegs. Ja, das stimmt wohl. Aber wenn ihr ein bisschen spannend seid, ne? Hätte ich das früher gecheckt, dann hätte ich die ein bisschen koordiniert, die Jungs. Da brauchst du ja nur Ping, da kommen die ja schon. Echt? Die reagieren ja auf Ping? Ja. Ist natürlich praktisch. Uh, Talent verfügbar. Mira-Ihre würde nicht besser klingen, ne? Lady Mia. Lady Mia, okay. Schizophrenie Transvestitin von Mars. Das ist ein G-Mail. Ja, vom Mars. Vom Mars, natürlich. Arthanas ist so ein dickländischen Team. Ah, das Pferd von Nassimu ist toll. Ach, ich töte die, ey. Arthanas, Rainer in der Mitte. Kugel. Bäm. Und schießt da ne komischen Blitze die ganze Zeit. Ja, die sind ja, das ist meine Ulti, die hab ich noch nicht. Nein, den Q. Das Q, ja, das mach ich die ganze Zeit. Wenn du nicht gerade reinrempelst und an mir vorbei. Ja, das kenn ich wohl. Jedes Mal beim Schießen, ne? Und wenn du springst und es geht ins nichts. Ja, das ist ja vollständig. Blitz. Das ist das, ich glaub, der muss ja echt über den Typ hier, ey. Ja, ja. Also oben haben wir den Club. Blitz. Nur damit das weißt. Blitz. Google. Bäm. Oh, der überlebt. Spack. Ja, hat der da. Sebu. Ah ja. Blitz. 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 Schützen wir den jetzt, oder was? Nö. Oh ja. Komm, hol uns den doofen Baller. Blitz. Ne, ich bin schon erstmal bei Simu. Der ist bestimmt doof. Die ist schon weg. Okay. Ja, die bestimmt Baller, oder? Ja. Also ich verpiss die komische Kuh, ey. Schau noch. Mit der Mitte. Ja, komm mal. Schmieders ein. Brrrr. 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 Der ist mitten im Kupeller, oder was? Oh, jetzt springt der Schmieders. Hör auf zu springen, wenn ich schieße. Hör auf zu springen, wenn ich schieße. Hör auf zu springen, wenn ich schieße. Kugel. Warte. Ähm. Ins Gesicht. Wui. Äh, äh, meine Reichweite ist zu kurz. Wär auch zu springen, ich schieße. Wär jetzt auch gut, ey. Hör auf zu springen, ich schieße. Ich fühl mich nicht ernst genommen. Hopp weg. Dann kriegen wir schon wieder über dich. Ach, easy going, wir sind doch zu zweit. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Genau deswegen ja. Hör auf. Ja, bei Sinn, Glückwut hab ich dir doch gesagt. Hör auf. Ich bin froh, wenn ich das mit der Atmung und dem Herzschlag gleichzeitig... Kugel. Da, ist auch gut. Wo ist sie denn? Das ist ne schwere Geburt. Also wenn da keiner ist, brauchst du blitzig schießen, ne? Ja, ich schieße auf die Minions. Blitz. Achso, die Minions hab ich nicht gesehen. Ist der schon tot? Nein, der hat überlebt. Haha, sofort. Das war kein Mörderblitz. Was? Bin ich überhaupt getroffen? Mach ja. Ich glaub ja, gestriffen oder so. Wir haben Blutz geholt. Kugel. Leider und ab, ey. Bleib hier still, du bist Sau. Blup. Äh, äh, näher ran. Schieß Blitz, schieß Blitz, schieß Blitz. Wieso kann ich nicht skillen? Da ist noch einer Siebo. Oh, ich bin blöd. Ich dachte ich jetzt skillen können. Ja. Hm. Blitz. Kugel. Oh. Wir sind ganz schön dick. Ja, du auch. Ich hab ja gesagt wir. Nein, ich bin die schlankere Seite. Guck. Jetzt lass mich direkt hier hingehen. Ich hatte sieben. Top. Top. Ich geh top. Ich hab sie. Also ich will erst mit diesen abgeben. Mach mal. Ach Gott, meine Nase geht in der Weg. Dann Siebo hat 5. Passt. Komm mit drauf top. Ah, jetzt schießt er oder? Für uns. Ja. Yeah. Kugel. Bäm, voll erwischt. Also, niemanden getötet, aber voll erwischt. Bisschen zu langsam eindeutig, ey. Mach nichts, 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 nichts. Bäm. Schade, dass dieser Flummi-Ball so langsam geht. Trauen Sie nicht an uns ran. Unser Penis ist einfach zu groß. Kugel. Wo ist es da? Da. Bäm. Explosion. Der wird schon rausgeholt, ey. Huch. Ne? Ein Stück näher ran. Kugel. Jetzt. Ich habe meine Ulti wieder bereit. Nö, nö. Ich schieße. Wollte einen töten? Okay. Mwua. Die Ulti ist echt übel, ey. Ja, die Übel ist echt krass, ey. Die muss ich mal gewöhnen, ey. An wem muss man sich gewinnen? Die komische Ulti. Naja, die geht übelst schwer zu lenken. Die ist sehr langsam. Ja, aber die lenke ich ja, glaube ich, ne? Ne, ne, die lenke ich, aber eben unfassbar langsam. Hab da, ähm... Welcher Suche ist der Hammer? Den Hammer. Ja. Und ich hab die Schattenblitzen. Die andere ist auch ganz geil, die andere, die du da vor die Gegner heranzieht, dass er mit der Ulti zusammen sehr, sehr cool... Kugel. Keine Reflexe. Hup. Io. Nimm das. Und das. Nein. Und das. Und das. Der Laserstrahl. Weg hier. Der ist aber hübsch. Er ist so schön. Der macht uns aber kaputt. Ja, aber er sieht schön aus. Der darf uns auch tot machen. Der macht uns aber kaputt. Brauchen wir ein Schild oder Bewegungsgeschwindigkeit oder Schaden? Jetzt ist weg, scheiße. Hm? Io. Schaden, Geschwindigkeit oder... Ist legal, sieht das aus. Äh, voll die Antwort. Ich bin unentschlossen. Ähm. Ich probier mal Geschwindigkeit. Bam. Ich bin bereit, Patsch. Problem. Ja. Jetzt wollt ihr auf den schießen, ich bin so behindert. Und du steckst ganz schön ein. Wer macht diesen Strahl? Von dem? Welchen Strahl? Ja, diesen bunten, hübschen. Annes. Ist das eine Ulti oder was? Ja. Kugel. Kugel. Na toll, genau dazwischen gesprungen. Das ist doch scheiße. Diese Kugel. Kugel. Hey, schieb mal ne Kugel. Die da? Ja. Ja, ich hab's voll gewusst. Hey, wir sind ja so, wir sind eins, weißt du? Ejo. Das war jetzt auch nicht so. Sssst, wir sind eins. Alles klar, wir sind eins. Alles klar, okay. Ja. Sack. Oh. Jo. Gerne Angst gemacht, ich wurde nur weg. Sei einfach unberechenbar. Und ich gar nicht mehr klarkomme. Das ist voll die gute Idee. Blitz. Ah. Hm. Oh, ich hab ja hier noch. Ich kann schubsen. Ich kann schubsen, was kannst du? Ich fang mal an zu schubsen. Ich find schubsen super. Okay, okay. Bam. Schubsen. Puff. Hast du es gesehen? War das nicht immer? Jetzt muss es immer sein. Ja, ja, locker. Easy going. Kugel. Blitz. Dottor. Blitz. Hau dir Gott meinen dich da. Ja. Ja, hauen musst du ihn. Ich beschieße ihn. Die ganze Zeit nicht. Vergas. Weißt du, wir kriegen das Video oben auch? Ja komm, wir kriegen alles. Alles. Komm, wir werden doch den Video jetzt mit. Bäm und Bäm und Bäm und wo ist die Kugel? Sagst du, wenn die kommt? Wenn der kommt. Die Kugel, aber die kommt nicht. Die kommt nicht, nicht mehr. Ich glaube, du nennst mein Kind. Mein erstgeborenes. Das heißt Eombel. Das ist aber ein fieser Name. Na und? Jetzt halt. Läuft etwas auf dem Schuh. Was, wo wir das Campan-Dee dort? Hä? Wo wir das Campan-Dee? Ja, mach. Wenn man hört die Tür. Junis Räger, ja. Kugel. Jetzt. Skowayche ist super. Okay, den beiden müssen wir beiden. Die sind in der Mitte? Ja. War hier eine Kugel? Hopp ich. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Aber noch ein bisschen. Halt, stille Satz, ey. Kurz mal nicht sterben und nicht wegrennen. Einfach nur existent sein. Vor allem kurz mal nicht sterben, weißt du? Wirklich mit Tummel, ey. Voller Krieg. Kannst du mal ganz kurz? Wäre es dir möglich? Kugel. Bäm. Wegenutzt. Und Blitz. Auch noch. Und Dota. Ich werde hier auch noch schnell weg, ey. Und tschüss. Und Blitz und... Oh, ein Talent. Wäre noch irgendwas anderes. Und mach erstmal kurz den Nexus. Kugel. Jetzt. Das ist ja echt schwierig mit dem, ey. Aber wir haben zweimal gewonnen. Danke. Ja, gegen KI. Ja, aber trotzdem. Ja. Ja, ja. Na guck. Das ist ja fantastisorisch. Wie spät haben wir es denn?